In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Zoom- und Transportbefehle, mit denen du schnell durch Logic Pro navigieren kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist die Musikproduktion in Logic Pro. Um effektiv in deiner DAW arbeiten zu können, musst du sie gut kennen. Und dazu gehört vor allem und als erstes auch, dass du schnell durch dein Projekt navigieren kannst. Dass du die wichtigsten Shortcuts dafür kennst, wie du schnell an eine Stelle kommst, die du bearbeiten möchtest und wie du sie auch schnell herauszoomen kannst, also vergrößern kannst, damit du genaue Bearbeitungen vornehmen kannst. Und deswegen zeige ich dir heute die wichtigsten Shortcuts, mit denen du genau das machen kannst. Schnell durch dein Projekt navigieren und schnell einzoomen. Wir fangen an hier in diesem Teil mit den Zoom-Befehlen. Einen habe ich dir in der Hauptfensterübersicht schon gezeigt und das ist das vertikale und horizontale Einzoomen. Das kannst du über die Command-Pfeile nach unten und nach oben machen. Wenn du eine komplette Spur oder deinen Spurstapel vergrößern möchtest, machst du das über Ctrl-Z und zwar nachdem du ihn aktiviert bzw. ausgewählt hast. Das hier ist der sogenannte Spur-Header hier oder Spur-Kopf zu Deutsch. Wenn ich jetzt Ctrl-Z drücke, dann wird der größer. Und das Gute ist jetzt, immer der aktive Spur-Header oder immer die aktive Spur ist groß, sodass du dann besser auch reinschauen kannst. Um das wieder rückgängig zu machen, drückst du einfach nochmal Ctrl-Z und es wird dann wieder klein. Falls du vorher schon mal die Spuren unterschiedlich groß gesummt hast, das kann ja immer mal passieren, wenn man was Bestimmtes schauen möchte bei seiner Arbeit, wird es dann natürlich irgendwann sehr, sehr unübersichtlich. Eine Spur ist riesig groß, die anderen Spuren sind winzig klein. Um das wieder rückgängig zu machen und alle Spuren gleich groß zu machen, gibt es auch einen Shortcut. Und zwar, wenn du hier in diesen Zwischenraum, egal wo, zwischen zwei Spuren klickst und dann die Shift-Taste gedrückt hältst, dann machst du alle wieder gleich groß. Also ich gehe hier dazwischen rein, dann siehst du schon, dass sich der Pfeil verändert, halt die Shift-Taste gedrückt, klick rein und zack, sind alle Spuren wieder gleich groß. Sehr beliebt ist auch der sogenannte Super-Zoom. Ich klappe hier mal über diesen Pfeil hier eine Spur auf und du siehst jetzt diese Wellenform und nehmen wir mal an, du möchtest jetzt sehr, sehr schnell hier reinzoomen in einen bestimmten Bereich. Dann kannst du das machen, indem du die Option-Taste gedrückt hältst und jetzt siehst du schon, dass sich mein Mauszeiger hier umwandelt in eine Lupe und jetzt ziehst du einfach ein Rechteck hier über diesen Bereich, den du vergrößern möchtest, lässt die Maustaste wieder los und jetzt kannst du hier sehr genau reinzoomen. Du kannst das hier natürlich noch weiter treiben, ich halte also wieder die Option-Taste gedrückt, ziehe hier wieder mein Rechteck und habe jetzt diesen Part hier sehr, sehr groß. Um wieder auszuzoomen, gehst du einfach in einen leeren Bereich des Arrangierfensters, also da, wo keine Region drauf ist, da, wo du keine MIDI-Instrumente oder Wellenformen siehst, hältst wieder die Option-Taste gedrückt und klickst in diesen leeren Bereich und klickst dann nochmal rein und dann bist du wieder in dem Zoom, wo du vorher warst, das geht also schrittweise. Du kannst das auch über Regionen machen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Region, das ist eine Region, das ist eine Region, markiere und dann wieder Z drücke, dann wird einfach die komplette Region vergrößert. Wenn ich wieder Z drücke hier, wird sie wieder kleiner und du bist wieder im vorherigen Zoom-Bereich. Eine andere Zoom-Form, die sehr hilfreich sein kann, ist das Wellenform-Werkzeug, das findest du hier oben, siehst du das? Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann siehst du einen Schieberegler und wenn ich jetzt hier nach oben ziehe oder nach unten ziehe, kann ich die Wellenformen größer oder kleiner machen. Wichtig ist zu wissen, dass das nichts mit dem Gain zu tun hat, also die Spur hier wird nicht lauter, wenn ich über die Wellenform die Spur größer oder kleiner ziehe, sondern es ist nur für die Übersicht, das heißt, wenn du genau sehen möchtest, zum Beispiel, wo was anfängt oder wenn es dir einfach zu klein ist oder zu leise aufgenommen worden ist. Also mit dem Wellenform-Werkzeug kannst du mehrere Spuren oder nur eine Spur übersichtlicher machen, du machst es dadurch aber nicht lauter oder leiser. Einen Bonustipp gibt es noch zum Schluss und zwar für die stolzen Besitzer einer Magic-Maus. Wenn du jetzt hier die Option-Taste gedrückt hältst und auf deiner Magic-Maus nach links und rechts streichst beziehungsweise nach oben und nach unten streichst, kannst du auch wahnsinnig schnell zoomen, ohne irgendwelche Pfeiltasten drücken zu müssen. Ich persönlich zoome immer so. Ganz zum Schluss nochmal zur Wiederholung der Befehl, wenn du das Arrangierfenster so groß auszoomen möchtest, dass du wirklich alle Spuren siehst, ist einfach einmal in ein leeres Feld hier klicken oder in einen leeren Bereich des Arrangierfensters und dein Z zu drücken, dann macht er dir das Arrangierfenster so groß, dass es das komplette Fenster ausfüllt. Übrigens, falls du vielleicht neu in Logic Pro bist oder erst gerade gewechselt hast von einer anderen DRW und schneller und effektiver insgesamt in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal zehn weitere Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst, sodass du perfekt in Logic arbeiten kannst. Also Logic Workflow Checkliste unbedingt runterladen. Unten im ersten Kommentar habe ich dir das PDF angepinnt. Und jetzt geht es weiter mit den Transportbefehlen, die wichtig sind, um schnell an eine bestimmte Stelle in deinem Projekt navigieren zu können. Die Transportbuttons habe ich dir schon bei der Hauptfensterübersicht gezeigt. Und zwar hier oben kannst du jeweils einen Takt nach vorne oder eben zurückspringen. Aber das ist natürlich der blanke Wahnsinn, jetzt so zu arbeiten, wenn du immer hier hoch musst, wenn du irgendwie nach vorne oder zurückspringen möchtest. Und deswegen gibt es dafür natürlich auch sehr nützliche Tastaturkurzbefehle. Um einen Takt nach vorne zu springen, nimmst du einfach den Punkt und um wieder einen Takt zurückzuspringen, nimmst du das Komma. Das ist relativ einfach, sich zu merken. Acht Takte nach vorne oder rückwärts springen kannst du, wenn du zusätzlich die Shift-Taste gedrückt hältst. Hier kommst du also auch schnell vorwärts bzw. rückwärts immer jeweils acht Takte. Ganz wichtig für den Transport, um in bestimmte Regionen abzuspielen oder zu loopen, ist auch das Cycle-Tool, das ich schon mal kurz angesprochen habe. Aktivieren tust du das über den Tastaturkurzbefehl C oder du klickst einfach drauf. Jetzt kannst du hier deinen Cycle-Bereich, also der Bereich, in dem geloopt wird, kannst du hier entweder ziehen. Du kannst den Cycle-Bereich aber auch direkt über eine Region legen, indem du die Region hier markierst und dann Shift- und Leertaste. Ich gehe in eine andere Region rein, zum Beispiel in diese hier und drücke wieder Shift- und Leertaste. Und dann spielt er mir ab hier ab. Also auch so kannst du sehr schnell navigieren. Ein Werkzeug, das mir besonders gut gefällt, auch zum Abspielen, das ist das Marquee-Tool. Wir gehen mal hier in diese Region hier rein, ich vergrößere das mal und jetzt schauen wir uns das Marquee-Tool an. Das Marquee-Tool ist hier, das habe ich mir als Command-Klick-Werkzeug angelegt. Das erste Werkzeug hier ist also einfach mein Pfeil oder mein Zeigerwerkzeug und hier ist das Marquee-Werkzeug. Ich gehe auf dieses Marquee-Werkzeug noch später ein, aber ich kann es hier auswählen, indem ich die Command-Taste gedrückt halte. Und jetzt kann ich hier einen Bereich markieren und jetzt wird er mir ab diesem Bereich abspielen und danach stoppen. Und stopp. Ich kann auch zum Beispiel nur diesen Bereich hier auswählen und mir den anhören. Ganz zum Schluss noch, und das ist natürlich auch wichtig, wenn du etwas aufnehmen möchtest. Ich gehe jetzt also hier vorne rein und möchte zum Beispiel in diese Spur etwas aufnehmen, dann müsste ich in diesem Fall die Record-Taste oder die Aufnahme-Taste drücken. Das ist auch relativ umständlich, immer hier hochzufahren mit der Maus und deswegen ist die Aufnahme-Taste einfach R. Anstatt also jetzt hier diesen Button zu drücken, kann ich einfach R drücken und nehme dann direkt in diese Spur auf. Und ganz am Ende natürlich nicht zu vergessen, der banalste Transport-Shortcut ist die Enter-Taste, wenn du den Cursor hier wieder ganz an den Anfang des Projekts bringen möchtest. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Hast du diese ganzen Shortcuts gekannt oder war es gut für dich, die nochmal zu wiederholen? Oder habe ich vielleicht einen vergessen, den ich unbedingt hier hätte erwähnen sollen? Dann schreib mir den bitte in die Kommentare. Falls du weitere Tipps möchtest, wie du Logic für dich individualisieren kannst, sodass Logic genau zu dir passt und genau so arbeitet, wie du es gerne hättest und genau so aussieht, wie du es gerne hättest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir nämlich genau das. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!